moin moin ich habe mir heute über mein leckeres essen gemacht ein bisschen pfeffer und salz häufig gleich mit der gurke aber erstmal richtig begrüßung moin moin leute und ein kräftiges moin moin hinterher hier habe ich burke und tomate wie ihr sehen könnt und habe ich hier noch fleisch das ist eigentlich gekauft ist eigentlich in krotterbutter sehr lecker habe ich mir noch so ein gemüsereis mit geholt den werde ich jetzt essen mit dem mit der tomate und der kurke ein bisschen was gesundes muss auch dabei sein das ist ja mal was falsch benutzt ich nutze den salz immer so ich mache es immer hier auf die hand drauf weil ziemlich oft immer aber meistens dann kann man so ein bisschen rüber streuen dann kann man es besser kann ich das besser dosieren und dann einmal gefragt welche spiel ich in dieser zeit gespielt habe oder wie ich diablo fand und so und dann sage ich mal dazu diablo vom spielprinzip fand fand ich das gut los ich habe von der story nichts verhalten wenn wenn die story erklärt wird und zweitens habe ich auch noch von der fantasy 16 durch gespielt das war gut ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten von final fantasy von final fantasy sonst habt ihr verraten ich euch zu viel und dann falls ihr mal selber spielen wollt weil das hätte sich fand ich ganz gut und dann spiele ich zurzeit zurzeit spiele ich direkt bei den 2 weil da hat ich mal angefangen und das wollte ich noch weiter spielen war Ja, aber für Dungeons ist es auch ein gutes Spiel. Naja, bis jetzt fand ich den ersten, also was ich bis jetzt gesehen habe, war in Red Bansion 2. Oder Red Bansion 2. Fand ich den ersten Teil einen Tick besser. Weil den ersten Teil habe ich... Der erste Teil, naja. Meistens ist der erste Teil sowieso besser. Meistens besser. Weil es der erste Teil war. Der war auch nicht schlecht. Der erste Teil... Kannst du auch gerne was zu essen oder mitessen. Die Dampen... Fertig. 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 da konnte ich mich nicht da konnte ich mich nicht durchdrehen das deutsche spielen konnte ich einfach das war nicht bei der testen die mit diese zwei revolution und drei was glaube ich müsste gewesen sein wenn ich mich nicht ganz täuscht die mit der endzüchstorie also entdeckt oder differenz die die man das fand ich schon geil ohnehin noch hier 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 noch kassel was picasso die sind ein typ in der trifft dann die blick den rufschrauber und die panzer mit namen soll ich komme hier kommen damit kassel die kassel 192 da bin ich da bin ich da bin ich getroffen sehr 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 gut und leckflecken kann ich auch weil da gab es da gab es da gab es ich wollte für irgendwas geld habe ich geld genommen bei backtrack da musste ich eine eine kleine schiffteile kaufen und irgendwas irgendwas wollte ich machen und ich weiß nicht mehr genau auf alle fälle und dann gab es eine insel die habe ich gefunden war eine wildschweine eigentlich war es immer so wenn ich irgendwo tiere war haben sie getötet alle in der gegen getötet musste ich immer noch nicht warten gleich mal weg muss ich muss etwas später wieder kommen und dann waren die tiere wieder da auf der insel waren die wildschweine immer wieder da und dann glaube ich fell und knochen oder so gegeben und dann habe ich davon was nicht was nicht von einem stück getötet ein paar hundert stück ich hatte kein limit ich weiß nicht ich weiß nicht aber ich weiß nicht aber ich weiß nicht was ich mal bei dem stück immer problem hab das problem ist das nicht dass immer zu jeden fragezeiten nach muss und ich will fast in jeder kiste rein gucken und überall rein gucken und dass ich das ich mach mal mal 21 glaube ich mehrere hundertstunden versinke dann kann der zeit auch nur ein gutes spieler das ist immer mein problem wo ich auch noch gerne Pareto spiele von damals vor 20 jahren 25 jahren vor 30 jahren 45 jahren gerne mal bier kaufen würde und nach und unten auch mal spielen würde also mal nachholen würde weil ich ihn noch nicht gespielt habe also in der genaue fassung würde ich gerne nachholen und aber leider kaufen wir mal spiele da verdänke ich dann so viel Zeit rein dass ich keine Zeit habe irgendwas nachzuholen so 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 Ich habe keine Probleme mehr. Was gibt es schon? Kann ich bitte? Das letzte. Das letzte. Und Kola vor war geil. Und so weiter. Und so weiter. Kennt ihr noch? Ja, ich weiß nicht viel. Wer hat meine Zuschauer angeführt? Wie ihr seid? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie alt ihr seid? Also die neuesten. Ein ziemlich altes Spiel. Was richtig geil ist. Davon hätte ich gerne mal eine Fassung. Vorher hatte ich mal eine. Ja. Wer hat gesagt, die wollten mir nicht. Die wollten mir nicht. Doch mal abgesehen. Ich war mal in der Original Fassung. von meinem allerliebsten Spiel. Maniac Nation. nicht die PC-Version. Nicht die Amiga. Nicht die PC-Version. Eine PC-Version. Eine DOS-Version. Ich glaube sogar. Eine Atari-Computer-Version. Eine Amiga-Version. Eine. 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 Eine NES-Version. Das war von 87. Und. Eine C64-Version. Ich hätte gerne die C64-Version. Ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Könnt ihr mal irgendwas kaufen, was ihr nicht dran will ich? A replierisch? Anno. Also der C64, ich habe hier einen, ich habe meinen C64, habe hier einen und da haben sie schon ein paar geile Spiele, die ich mit einem wieder kaufen würde. Aber wie es bei richtig Spielen so ist, money 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 money. Dann nehme ich gerne noch Winter Games, Winter Games 1, 2 fand ich nicht so gut, aber 1 war so richtig geil oder California Games, war geil. Und dann machen wir meine Spiele, die gehören meinen Eltern, ich habe mir 85 erst geboren, der C64 ist knapp 82 raus, also irgendwann, irgendwann, ja, ich hoffe das funktioniert auch irgendwann, hab ich. Ich habe hier bei mir ein Wohnzimmer, ich glaube, man spielt das mal, passt das nicht mal rein, hier im Wohnzimmer, original Donkey Kong von 1981 hier stehen und ein Pac-Man von 1980. Das wird eigentlich, das war auch genau so, ne, kostet hier 1.000 Euro, ne, wo es auch funktioniert, ne. Mach schon. Das ist mir auch schon. Das ist gut. Das ist gut. Pac-Man, Mario, kennt ja nicht jeder, und T-Trust, und T-Trust. So, das ist gleich eine, man kann mal abonnieren, Abo da lassen, und den Kommentar. Das muss ich schon nach 18 Uhr sein, ja, und nach 18, weil ich auf Feierabend, dann muss ich erst ganz nach Hause, das dauert auch mal eine Stunde oder so, oder noch länger. Und, ja, das war mal. So, halt nur noch, haut rein, bleibt mir bewogen, eure L-Ren-Uhr, mit einer neuen Folge, Essen mit der Uhr. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal reinschaltet, Essen mit der Uhr.